Entfesseln die Flut! Auf Befehl des Kaisers werden am 1. März Truppen zur Niederwerfung des Hojo-Clans entsandt. Ihre Festung liegt mitten in einem Sumpfgebiet. Man nennt sie auch die Schwimmende Festung. Der Kaiser will uns versklaven? Das lasse ich nicht zu! Wir werden kämpfen! Den 20.000 Mann? Entscheidet ihr euch für Krieg? Bereitet euch auch die Speere der Krieger aus dem Osten vor! Meister! Könntet ihr Hilfe gebrauchen? Nein! Ich mach dich gerade erst warm! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017